hallo und herzlich willkommen in der neuen folge battlefield 4 mit neuem design und einen neuen modus team deathmatch battlefield 4 auf wolken kratzer geil oder und ich spiele heute alleine rainbow six siege auf wolken kratzer und wir müssen den bereich sichern zufälligerweise haben die typen da auch thw zeichen warum auch mal erster und haben wir verloren habe ich extra nicht aufgenommen wenn man jetzt aufnahme gegen nicht konnte ich habe gedrückt wie ich wollte es ging naja jetzt geht es auf jeden fall heute am freitag an einem schönen freitag kann sie jetzt einmal laden schnell 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 antel da stehen wir im Zimmer manchmal lag 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 hier seht ihr wie der Trick nicht funktioniert immer noch nicht man immer noch nicht ok so schon gar nicht so auch nicht trick wir jetzt im moment nicht funktionieren ich bin schade ich würde euch den gerne zeigen es funktioniert nicht ah jetzt funktioniert es zeige ich doch so geht der Trick und dann ist man hier oben im Rang hat es mir echt viel geholfen kann sich hier verstecken aber töten abwarten und töten hi also wie kommt man hier hoch welche und dann ok ok hör auf wo ist wo ist dort wo ich aufgemacht habe also weil der luke ist ja er hat mich mit einer handvoll waffe erschossen waren weil die die stadt ist klar ja mach die mach die schade die warum hab ich das zugemacht ich hab die sprechtaste auf alt gemacht und jetzt kann ich nicht mehr schleichen was scheiße ist aber egal man wir haben gewonnen und ich bin natürlich immer noch alleine rainbow also lernt man ja auch die einzige klasse die ich richtig spielen kann sind blackbeard tibana und twitch äh termite lass ab Fertig. Alles klar nach fünf Minuten. Bira! I'm a scan man! Nein, 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 nein! Hallo? Wo sind die? 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 Hallo, Ella! Da oben haben sie ihre Klappe gesaved, die Idioten! Dumm kann man eigentlich sein und macht die Klappe zu! Gehen wir von oben, ich habe der Termite, und wir haben ja auch Ribana, da hat er eigentlich kein Problem sein, aber das laggt, geht mir auf den Sack. Ok, die haben irgendwas gemacht, oben ist auf jeden Fall Gewehr, und Kapkan haben sie auch. Ok, ich komme jetzt nach oben. Was ist da? Ah, ey, nicht schlafen. Banded ist oben. Aber wo Cabrera ist, weiß ich immer noch nicht. Ok, Ella ist oben. Wo sind die oben? Ella ist unten. Was weiß ich wo? Du kannst auf jeden Fall bei dir rein. Oben ist keiner. Ja. Ich brauche hier zu. Der Kaffee ist oben. Da ist auch noch Tashanga, der braucht nur noch einen Held, der ist tot. Na, ich habe jetzt den. Ich weiß, dass der auch dort ist. Deswegen, dass ich das weiß. Hallo. Ich weiß nicht, mach das lieber so. Weil ich das ja weiß, dass er auch dort ist, kann ich einfach in Ruhe in den Raum gehen. Wie war das mit einem Hit? Stimmt hier überhaupt gar nicht. Ich habe ja mit einem Hit gemacht. Ich habe ihn ja einmal angeschossen. Lügst du eigentlich? So macht es auch so viel Sinn, auf dem TS zu spielen. Sinn, tadaaa. Sinn, Salah, Sinn. Macht es auch so viel Sinn, mit euch überhaupt eine Folge aufzunehmen, wenn ihr überhaupt nicht redet. So haben mich einmal commutet, es nervt mich nicht mit ihrer Stille. Ich bin niemand alleine. Ich bin kein Fall über das. G-Beta? Ich bin kein Fall. Ich bin kein Fall. machen. Zum Beispiel Ella oder Kapkan. Manchmal geht das immer nicht, aber ich warte es eigentlich hier mal an. Ist besser. Hier muss ich zumachen. Alle gehen auf eine Seite. Das bringt doch eh nichts. Vollidiot. Man, ich will auf. Ah, du bist am Arsch. Rechts. Ist da einer? Äh, ja, da sind Leute, glaub ich, also ich hab... Also ich hab heute gekriegt, mein Herz, glaube ich, wenn ich mich schon gezeigt hab. Mach mal das... die Barrikade da auf. Warte? Ja, 13 Leute, warte. Ja, wie viele? Beide. Ja, da sind zwei. Die Barrikade ist auch. Ja. Lass dich töten. Was mein? Doch. Das war witzig. Wir sind ja eh nicht, dass ich hier bin. Passt du nicht auf? Also machst du die? Ja, Seppel brauchst nicht russisch, das schaffst du. Denn, denn, der macht die. Denn, denn, der sitzt da oben. Du auch mal mit dem Sensor ein bisschen gucken. Das weiß eh keiner, dass ich hier oben bin. Auch wenn die es wissen, kriegen die mich nicht. Kapital hat schon mal probiert. Ah, gegen. Und die sichern. Ja, dann geht ihr in den Raum. Okay. Geht ihr beide in den Raum. Okay, ein Gegner verbleibt im ersten Fall. Nein. Das war lang. Guck mal, ich spring da runter. Fuck. Nein, das war extra. Wenn du komplett runtergefallen, dann wärst du sogar verletzt, glaub ich. Ja, deswegen bin ich ja nicht. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir auch wieder oben fahren. Hm. Ja, der Trick ist echt cool mit Ella. Geht leider nicht mit Tachanka, weil der zu langsam ist, aber... Ich wusste nicht, dass der Trick überhaupt funktioniert. Ich war einmal nur im Locker mit Vollidioten und die haben dann einfach scheiße gelabert. Also sie hatten echt nichts im Kopf. Und haben auch jeden beleidigt und so und... Ja, dann waren die dort oben und hab ich das gesehen und... Seitdem mach ich das auch. Seitdem will ich ihm halt sogar auf diesem Map extra spielen. Er macht sich jetzt mal gucken, wie du das machst. Ja, aber ich mach das jetzt noch nicht, weil sonst denken wir... Ja, stimmt. Sollt ihr eh erstmal meinen Bennett platzieren gehen? Hm, doch schon. Zwei Camps down. Okay, wenn die Leute keine Wände machen, kann ich meinen Bennett platzieren. Ne, ich mein wegen Twitch. Ach so, ja, cool. Ja, kannst du das jetzt schon machen. Hm. Ne Twitch. Aber nicht, wenn wir unnötige Wände machen. Ne Twitch. Ne Twitch. Gehe, 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 gehe. Gehe, 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 gehe. Gehe, geha, gehe! Los! Müsst ihr raus? Tschö! Wir haben auch raus. 2 dürfen das nicht gleichzeitig machen. Ja, dann warte ich. Warum auch 2... Ach so, einfach rennen und dann springen. Ja. Aber ich versteh nicht, warum du noch oben bist. Ist aber ganz schön schwer. Ja klar, es ist schwer, es dauert. Was, ich ziehe es umkämpfen? Die sichern. Klar. Ja. Ah. War jetzt auch nicht die perfekte Runde, aber... Hätten wir gewinnen können. Ihr kriegt schon heute noch am Freitag ein Special. Ich... Neues Let's Play, was es nicht so lange geben wird. Aber es... Wird jetzt... Zwei, drei Folgen kommen. Damit würde ich sagen... Ciao, ciao. Wir sehen uns bei einer neuen Folge. Und ich hoffe, ihr in der nächsten Folge redet auch mal Frost. Ja. Ja.